Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, hier auf meinem schnuckeligen Literaturkanal, auf dem ich euch an diesem heißen und schwülen Tag, der sich jetzt aber glücklicherweise dem Abend nährt, eines meiner neuen Lieblingsbücher vorstellen möchte. Manche sprechen von einem Jahrhundertwerk, was ich für eine Untertreibung halte, denn das Jahrhundert für dieses Werk endete 1962 und seitdem hat es ja nichts an Größe eingebüßt, ein sprachlicher und thematischer Brillanz. Deswegen ist es offenbar ein Jahrtausendwerk, so kann ich Schlussfolgern. Le Misérables, die Elenden von Victor Hugo aus dem Jahr 1862. Der große französische Klassiker, die Nationalliteratur schlechthin. Kurz zur Ausgabe, ich habe das hier im Aufbau Verlag gelesen und obwohl es 600 Seiten hat und wirklich jetzt nicht aussieht wie ein schmales, kleines Huschdich weg, ist es nur die Hälfte des Volltextes, denn das Original hat 1200 Seiten. Das wusste ich nicht, ich wusste nicht, dass es so stark gekürzt ist. Ich hätte vermutlich jetzt und ich werde, wenn ich es nochmal lesen werde, was passieren wird, eben die Volltextausgabe lesen. Wenn ihr aber wenig Zeit habt, dann kann ich es euch empfehlen. Mir hat die Übersetzung gefallen, ich mochte die Sprache, auch wenn ich es nicht abgleichen kann mit dem Original und ich mochte auch die Szenenfolge. Es hat eine extrem schnelle, hohe Taktung, es ist ein actiongeladenes Feuerwerk, es ist wunderbar unterhaltsam. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber ich will nur sagen, ich vermute, dass die Exkurse bei Victor Hugo, von denen ja manche sagen, sie seien des Teufels, unterhaltsam sind. So ist meine Vermutung, nachdem ich jetzt diese 600 Seiten Victor Hugo-Prosa nicht gelesen, nicht genossen, sondern einfach nur zelebriert und gefeiert habe. Kurz zum Kontext 1862 veröffentlicht. Er hat allerdings die Handlung nach vorne verlegt, beziehungsweise in die Vergangenheit. 1815 beginnt die Handlung und 1832 endet sie. Das ist für die europäische, besonders für die französische Geschichte natürlich eine ganz wichtige Phase. Ja, denn 1815, jeder ABBA-Fan weiß es, wurde Napoleon bei Waterloo oder eben bei Waterloo in Belgien geschlagen und dieser erste republikanische Staat in Frankreich endete. Und damit eben auch die Hoffnung einer Demokratie, einer konstitutionellen, verfassungsgebenden, staatlichen Gemeinschaft, die eben den König, die Monarchie absetzt. 1789, ihr kennt das Spiel, die französische Revolution, führte dann Jahre später, ein paar Jahre später zur Guillotinierung des französischen Königs. Ludwig XV. müsste es gewesen sein und Marie Antoinette. Genau, und ab 1815, bedingt durch den Wiener Kongress und durch die Restaurierung, haben sich dann wieder die alten Kräfte etablieren können, also die Monarchie. Es gab dann den Bürgerkönig Louis-Philippe. Und es schien so, als würde dieses republikanische Zwischenspiel sich nicht mehr erneuern lassen. Ja, als wäre eben der Demokrat, der aufgeklärte Republikaner nichts mehr wert und es hätten sich eben wieder die alten Adeligen ihre Privilegien geschnappt und als wäre sozusagen diese Zäsur eigentlich verpufft. 1832 gab es dann ja in vielen europäischen Ländern wieder einen Aufstand. Die Juli-Revolution, die Barrikaden wurden errichtet und besonders in Paris wurde eben versucht, jetzt abermals eine Republik aufzubauen, auszurufen und eben zu erkämpfen. Ob das Ganze funktioniert hat, schaut es euch in verschiedenen Geschichtssendern, Kanälen, wie auch immer, nochmal an. Hier ist einfach nicht der Ort, das jetzt zu bündeln. Aber das ist auf jeden Fall so eine absolut wichtige Weichenstellung, eine Wasserscheide in der französischen Geschichte. Richtung, Republik, Demokratie, Beteiligung des Volkes und damit natürlich all das, was wir heute unter einer funktionierenden Demokratie verstehen. Oder Monarchie, alte Privilegien des Adels, eine Klassengesellschaft, eine Hierarchie und so weiter und so fort. Auch wenn man natürlich jetzt einschränken muss, aber man müsste immer weiter einschränken, wenn man sich das Thema anschaut, dass unter Demokratie und Republik leider jetzt nicht genau das gemeint war, was wir darunter verstehen. Nur Männer, nur Männer ab einem bestimmten Alter und Einkommen, ist ja klar. So, die andere Seite, die wir uns vielleicht auch noch kurz anfänglich anschauen müssten, ist, was in Deutschland eigentlich zu der Zeit los war. 1862 gab es, ihr wisst das, hier natürlich sehr viele Duodetsfürstentümer, also das große Deutschland war noch nicht entstanden. Die Leute, die Schriftsteller haben sich vor allem ins Privat, ins Familiäre zurückgezogen. Der große Gesellschaftsroman, wie die Elende in einer ist, war undenkbar in Deutschland. Man hat, wenn man Kritik geübt hat an den politischen Verhältnissen, das in eine leichte Ironie gepackt. Man hat einzelne Details vielleicht mal angeschaut, hat gesagt, das könnte man ändern. Aber es gab generell keine Systemkritik. Es gab keine Kritik am Staat oder an der Gesellschaftsordnung. Das gab es zu der Zeit nicht. Es gab generell auch nicht den großen Roman. Es gab Dramen. Auch davor natürlich Büchner fällt uns ein. Es gab sehr viele Gedichte. Aber den großen Roman, den gab es erst so 20, 30 Jahre später. Victor Hugo hat hier wirklich sehr früh etwas ganz Großes erschaffen. Ich glaube, das muss man sich vor Augen halten. Denn wir lesen immer und haben eigentlich ja immer zahlreiche Vorbilder vor Augen. Beziehungsweise es ist uns schwer möglich zu verstehen, dass ein Mensch aus dem Nichts etwas erschaffen kann. Also zumindest etwas Neuartiges. Etwas in seiner Form noch nicht Dagewesenes. Natürlich hat Victor Hugo dutzende, hunderte Vorbilder gehabt. Aber diese Art eines Gesellschaftsromans, der gleichzeitig ethisch-philosophisch ist, wirklich systemkritisch ist, in seiner Grundlage, aber eben auch sehr viele Spannungselemente enthält, unterhaltsam ist, eine Liebesgeschichte enthält, eine fast schon marveleske, eine Dualität von zwei Männern enthält. Also einen Zweikampf. Eine Gauner-Familie. Dann eben ein Kampf auf den Barrikaden. Also auch eine insgesamt so unterhaltsame, spannende Aneinanderreihung von Szenen, dass man hier eigentlich von einem Opernroman sprechen muss. Ich habe mir immer wieder gedacht an einzelnen Stellen, dass Victor Hugo das wirklich vor sich gesehen hat, wie das auf einer Bühne aussehen könnte. Wenn im letzten Moment dann noch eine rettende Klamotte, ein rettendes Oberteil gebracht wird, sodass es doch weitergeht. Das alles ist auf einer vielschichtigen Ebene großartig. Ich habe es noch nie so gelesen. Ich habe noch nie einen Roman gelesen aus der Zeit oder aus den Jahrzehnten auch rundherum, der mich so unterhalten hat. Ganz, ganz eigentlich seltsam, aber überwältigend großartig natürlich. Kommen wir mal zu den Figuren. Ich werde euch unten Zeitmarken einfügen, denn ja, ich will jetzt einfach so ein bisschen allgemein darüber schnacken. Ich werde mich nicht stressen. Ich weiß nicht genau, wo es mich hinführt. Ich habe mir das jetzt nicht alles genau notiert, aber ich denke, ganz wichtig ist natürlich, dass wir uns so die Zentralgestalt mal anschauen. Wovon handelt das eigentlich? Der Protagonist heißt Jean Valjean. Okay, er ist zu Beginn ein Galerensklave, der jetzt auftaucht, der in einem Dorf aufschlägt. Er war 19 Jahre lang im Knast und eben auf einer Galere und musste dort hart rudern. Das war die Höchststrafe, wenn man nicht hingerichtet wurde. Und das geschah, weil er die Kinder seiner Schwester vor dem Hungertod bewahren wollte. Er hat ein Brot geklaut. Und weil er dann ausbrechen wollte aus dem Gefängnis, in das er für den Mundraub kam, wurde er immer noch weiter und länger inhaftiert, sodass er insgesamt 19 Jahre im Gefängnis saß. Ja, das ist die Ausgangssituation. Und jetzt ist sich Victor Hugo nicht zu schade oder er ist nicht zu feige, um hieran direkt die grundlegende Systemkritik anzubringen. Ich weiß, das scheint wie ein Anachronismus, dass ich jetzt ein modernes Wort benutze, aber anders lässt sich so eine, hier dieser Abschnitt nicht interpretieren. Er kommt nämlich raus jetzt und in diesem Dorf wird ihm überall die Tür verweigert. Er darf nirgends ankommen. Er darf nicht in der Gastwirtschaft was trinken, einfach mal vielleicht auch im Bett zum Schlafen, ja für sich eben mieten. Das alles wird ihm verwehrt, weil er einen gelben Pass hat und damit als ehemaliger Galeriansklave ausgewiesen ist. Aus Seite 63. Auch hier hatte man ihn offenbar bestohlen. Die Gesellschaft der Staat hatte ihn im Großen geplündert. Jetzt kamen die Feinde einzeln und bestahlen ihn. Entlassung ist nicht Befreiung. Man verlässt das Strafhaus, aber die Verurteilung kann man nicht loswerden. Ist das nicht ein nahezu revolutionärer und so intelligenter und fortschrittlicher Gedanke zu erkennen, dass dieses positive Recht, das aufgeschriebene Recht eines Staates oder der Bibel, den Menschen nicht vor einer Vorverurteilung bewahrt. Und vor allem auch, dass natürlich mit dem Ausgang aus so einer Strafe dieses große soziale Dilemma eigentlich erst beginnt. Dass dann sozusagen eine unfaire Verurteilung eigentlich bemerkbar wird. Und das ist die Ausgangssituation. Jean Valjean kommt also in der Gesellschaft an und wird von allen ausgegrenzt. Es gibt aber einen Bischof, Muriel. Und Muriel ist das Gute in Person. Er ist ein Bischof, der sein Geld den Armen spendet, der allen seine Tür öffnet und der natürlich auch Jean Valjean einlädt zu sich. Und jetzt passiert etwas, was mich am Anfang irritiert hat, was ich dann aber als so eine kompositorische und gesamtgesellschaftliche Verbindungsleistung gesehen habe, die mich einfach berührt hat. Denn Muriel sagt, Jean Valjean, du kannst zu mir kommen, auch wenn du mich berauben wirst, denn das wird erst geschehen. Jean Valjean kommt nicht aus seiner Rolle raus und weiß ja auch nicht, ob er jemals wieder die Möglichkeit haben wird, hier einen Goldlüster zu erhalten, den er natürlich versetzen könnte. Er beklaut also diesen Muriel, aber Muriel ficht das überhaupt nicht an. Er sagt, Jean Valjean, ich entreiße deine Seele dem Teufel und gebe sie Gott. Du bist jetzt bei Gott. Du kommst da nicht mehr los. Das ist gleichzeitig so schön, so warm, dass ich als Atheist hier überhaupt keine Einwände hatte, weil das für mich kompositorisch beziehungsweise auf der größeren Ebene der Versuch war, in meinen Augen, in meiner Interpretation zu zeigen, ey französische Gesellschaft, ihr müsst zusammenhalten. Auch die, die an Gott glauben, müssen mit den demokratischen, mit den republikanischen Kräften zusammenarbeiten, die insgesamt mehrheitlich ja schon nicht mehr an Gott glaubten, sondern eben atheistisch waren. Also es ist für mich eine Verbindung. Das Gute liegt in beiden Elementen. Es ist etwas Demokratisches, aber eben auch etwas Göttliches. Und vielleicht ist das natürlich auch der Glaube von Victor Hugo, denn 1860 ist das natürlich noch mal eine andere Sache, die Religion. Okay, aber das war für mich schon mal so die Ausgangssituation, die mir sehr gut gefallen hat. Und jetzt wird Valjean auf dieser Grundlage, weil er etwas Gutes erfahren hat, auch anderen Menschen etwas Gutes geben wollen. Er gründet dann nämlich eine Firma, eine Fabrik, ja, Kraft seines Intellekts und seines Fleißes, kann er dann eben zu Reichtum kommen. Er wird Millionär und er lässt auch andere daran teilhaben. In diesem kleinen Dorf wird er dann eigentlich dafür sorgen, dass es keine armen Menschen mehr gibt. Er wird alle Menschen und ja, allgemein so in Lohn und Brot bringen. Jetzt kommt ein kleiner Schwenk zu Fantin, die sollten wir uns auch noch mal anschauen, denn Fantin ist in Paris eine Grisette. Und ich wusste auch nicht, was eine Grisette ist, aber eine Grisette, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ist eine, sozusagen das Gegenmodell einer Prostituierten. Sie ist ein kleines, ja, ein kleines Mädchen sozusagen, eine junge Frau, die eben nicht adelig ist, die also keine familiären Beziehungen hat, die ihr ein reiches Leben ermöglichen oder eben eine reiche Heirat, wie auch immer, sondern sie muss sich selber durchschlagen. Und diese Grisette Fantin lebt in Paris und wird einen Mann kennenlernen, einen Adeligen, der sie natürlich einfach nur behandelt, wie er möchte. Er spielt mit ihr, er schwängert sie und dann haut er ab. Und Fantin weiß nicht, was sie machen soll, weil sie natürlich kein Kind in die Welt setzen kann. Das ist das Todesurteil für sie, sozial gesehen. Sie würde gesellschaftlich natürlich ausgeschlossen werden. Und jetzt wird sie deswegen ihr Kind, das dann geboren wird, die kleine Cosette einer Familie geben, die sie zufällig irgendwo trifft. Die Mutter sitzt draußen vor dem Geschäft und spielt mit den eigenen Kindern. Und dann kommt Fantin mit der kleinen Cosette und sagt, bitte kannst du das Kind nehmen. Ich gebe dir auch Geld. Und diese Frau, diese Tenadier, wird das Kind annehmen. Und die Tenadiers, das sei Name, den vergisst man nicht mehr, wenn man das Buch gelesen hat. Die werden bis zum Ende der Geschichte wichtig bleiben. Generell verschränken sich immer wieder die Wege, die kreuzen sich immer wieder. Das ist natürlich in höchstem Maße konstruiert, aber das kümmert uns nicht die Bohne. Darauf kommt es nicht an. Das ist ein ganz eigener, wunderbarer Zugang, eine Geschichte zu konstruieren, die uns etwas Wesentliches, etwas Fundamentales über die Psychologie von Menschen in einer Gesellschaft aussagen soll. Deswegen hat mich dieses modernistische, was ich am Anfang auch immer bringe, weil ich natürlich blasiert bin, as hell, dieses modernistische, ah, das kann jetzt aber nicht sein. Das ist ja unrealistisch. Das hat mich nach 100 Seiten überhaupt nicht mehr bekümmert, als ich verstanden habe, welche Energie, welchen Drang und Drive diese Geschichte entwickelt. Eben durch das Wesentliche, was hier ausgesagt wird. Jedenfalls Cosette kommt zu den Tenadiers, denen geht es wirklich nur um Geld. Die pressen Fantin immer weiter aus, weil sie wissen, sie können alles machen. Fantin kann sich nicht wehren. Sie kann ja nicht sagen, ey Leute, das ist unfair. Ich habe hier ein Kind. Ja, und wo ist der Vater? Ups. Ja, deswegen kann sie sich nicht wehren und gibt den Tenadiers immer mehr Geld, bis sie sich letztlich komplett selbst verkauft, weil sie einfach nichts mehr verkaufen kann, weil sie ihre Arbeitskraft nicht noch besser unterbringen kann. Weil, naja gut, warum, das möchte ich euch jetzt auch selber überlassen. Ich werde übrigens jetzt am Ende auch nicht spoilern. Also so die ganz großen Wendemarken werde ich nicht verraten beziehungsweise werde vielleicht nochmal kurz einen Spoiler ankündigen. Also Fantin arbeitet übrigens auch in der Fabrik von Jean Valjean, der aber nicht weiß, dass es Fantin gibt und sie eben fälschlicherweise für ein unmoralisches Wesen hält, wofür er sich jahrelang auch immer wieder geißeln wird, dass er diesen großen Fehler begangen hat und ihr eben nicht sofort geholfen hat. Und weil sie einfach irgendwann diese Fantin nicht mehr weiß, was sie ihrer Tochter noch Gutes tun kann. Sie hat kein Geld mehr. Deswegen passiert jetzt Folgendes. Tenadier, dieser Scheusal der Familie, der einfach erhabgierig ist, Tenadier schrieb, er habe aus allzu großer Güte lange genug gewartet. Jetzt aber müsse er den aufgelaufenen Schuldbetrag 100 Franken sofort bekommen. Sonst werde er Cosette, die noch von ihrer eben überstandenen Krankheit schwach wäre, auf die Straße werfen. Möge sie krepieren, wenn sie wolle. Und zu dem Zeitpunkt hat Fantin ihre Haare abgeschnitten und verkauft. Sie hat also eine Glatze, sie läuft mit einer Glatze durch dieses Dorf. Dann hat sie sich ihre Zähne, ihre Schneidezähne rausreißen lassen, weil irgendein Quacksalver daraus angeblich eine Medizin machen kann. Sie läuft also ohne Zähne rum und jetzt, als sie diesen Brief bekommt, sagt sie, gut, sagt er sie, Ausverkauf. Und sie wurde Dirne. Das ist ein Aufschrei. Anders kann man das auch nicht nennen. Hier schreit das Buch und jeder Leser schreit hoffentlich auch. Weil das ist diese Energie, die ich meine. Das wird durch zahlreiche sehr detaillierte Szenen, durch Szenen Abfolgen uns vermittelt, was Fantin macht, wie sie sich immer mehr auf diesen Tenadier einlassen muss. Dass sie ihm immer noch mal Geld schickt und noch mal und noch mal und dann sind wir auch in der Szene bei den Tenadiers selber und wir bekommen mit, wie bösartig die sind, dass es sie erfreut, jetzt noch mehr aus dieser Fantin heraus zu pressen. Also da ist dieses Buch immer wieder bei den Leuten dabei. Es hat ganz selten wirklich rein abstrakte Konstruktionen und eben Abhandlungen über die französische Gesellschaft. Das wird, wenn es sie gibt, und es gibt sie manchmal, sehr intelligent und verträglich sozusagen und unterhaltsam in den Text einmontiert. Cosette wird älter werden natürlich und Jean Valjean wird sich jetzt aufnehmen. Die beiden ziehen dann nach Paris und dort gibt es jetzt abermals einen Wechsel der Erzählperspektive, den gibt es generell relativ häufig und das gibt auch insgesamt, wenn wir gerade bei der Erzählerinstanz sind, häufig sehr gekonnte Verschiebungen und Variationen im Tempo. Manchmal wird nämlich ein Kapitel wie bei einem Cliffhanger abgebrochen, das ist für die Zeit natürlich finde ich auch spektakulär, ich habe das sehr selten gelesen in der sogenannten Hochliteratur oder Höchstliteratur, dass es wirklich Cliffhanger gibt, aber Victor Hugo ist ein Unterhaltungsromancier, der es einfach schafft, die größtmögliche Bedeutungsschwere und gesellschaftsrevolutionäre Idee in seinen Unterhaltungsroman zu packen, also das Beste aller Welten eigentlich. Also dieses Tempo wird variiert, indem an einen Cliffhanger erstmal eine andere Figur kommt, also ein Szenenwechsel, dann kommt im übernächsten Kapitel aber die Fortsetzung des Cliffhangers und das erzeugt eine Form von Strudel, weil man immer weiterlesen muss, weil das alles wirklich unterhaltsam ist und weil es immer wieder miteinander in Berührung kommt, dass sich die Figuren eben eigentlich wie bei einem magischen Kino sozusagen immer wieder begegnen, aber das hat mich zu der Zeit dann überhaupt nicht mehr tangiert, das war mir völlig egal, dass das nach wissenschaftlichen oder wahrscheinlichkeitstheoretischen Vorgaben nicht sein kann. Gut, sie sind in Paris und jetzt kommt ein junger Mann auf den Plan, Marius, er ist ein Student, das bedeutet, er hat Anteil an den neuen revolutionären demokratischen Ideen, das ist übrigens auch höchst vergnüglich geschildert, wie der mit seinen Studenten Kumpanen lebt, die haben alle kein Geld, aber er möchte auch das Gute bewirken, das heißt, er will sich von seiner Familie nicht aushalten lassen, nachdem er erfahren hat, dass sein eigener Vater ein napoleonischer Demokrat und Republikaner war, als er das erfährt, nicht mehr von seinem monarchistisch geprägten Großvater durchbringen lassen, denn der eigene Vater ist gestorben und Marius erfährt jetzt eben so Stück für Stück, was seine Familie eigentlich bereithält. Also auch an dieser Familie zeigt sich natürlich das Dilemma, das Grunddilemma des französischen Staates zu der Zeit, man hat junge Leute, die vor allem die Republik wollen, was das genau bedeutet, ist nicht immer klar definiert, also für welche Ideale, für Pressefreiheit oder Redefreiheit, Meinungsfreiheit, das ist jetzt nicht genau festgelegt, aber es wird einfach deutlich und die Leute, die Leser 1862, die wussten das ja, denn das war ja sozusagen schon in der Vergangenheit und das war ein Teil des kulturellen Gedächtnisses, aber eben jetzt von Victor Hugo in dieser sehr revolutionären, heute würden wir sagen linken, Weise aufbereitet. Also Marius wird dann Cosette kennenlernen und jetzt ergibt sich eine wunderschöne Liebesgeschichte, die diesen Namen finde ich auch verdient. Der Erzähler wird dieses Kennenlernen von Marius und Cosette übrigens mit einer herrlich warmen, schon neckischen, aber immer lebensbejahenden Ironie schildern, ja wie sich die beiden dann hübsch machen, wie sie sich im Park treffen und umeinander umherst lavenzeln und nicht so richtig sich trauen, sich anzusprechen. Also das ist schon auch sehr sehr süß beschrieben, wie die beiden sich hier offenbar sehr sehr interessant finden, aber da halt plötzlich jeglicher Mut versagt, das hat mir gefallen, da merkt man auch einfach die Lebensreife von Victor Hugo und einen Respekt gegenüber dem Menschlichen, eine Hochachtung, denn er sagt, das sind zwar Stutzer gerade, also die parfümieren sich, die ondulieren sich, aber die sind immer noch wirklich beseelt von einer guten Sache, von Liebe. Also das sind eben auch im Detail so fein gebaute Szenen und das ist eine so gute Charakteristik der Figuren, dass ich hellauf begeistert war, ich kam aus der Magie dieses Buches. Noch eine Figur, die ich euch erläutern muss, ist natürlich Javert. Javert ist eine negativ gezeichnete Figur, es ist ein Schurke, gibt es einen besseren Schurken, es gibt Porfiri, es gibt bei Schuld und Sühne doch den Untersuchungsrichter Porfiri, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das sein Name und ich würde sagen, Javert und Porfiri sind auf einer Stufe der Genialität der Figurenzeichnung. Javert ist der große Widersacher von Jean Valjean, der ihm auf den Fersen ist, der immer wieder zu erkennen meint, dass Jean Valjean oder dann später Monsieur Madeleine übrigens, wie sich Jean Valjean nennt, um eben sein Keinsmal abwischen zu können, dass das eigentlich der alte Galearensträfling ist. Aber Jean Valjean hat eine ganz besondere Eigenschaft hat, er ist nämlich gleichzeitig intelligent, aber er ist auch ein absoluter, ein regeltreuer, ein konformitätsversessener Obrigkeitsbuckler. Er hat einfach dieses Prinzip verinnerlicht, wenn dir jemand von oben etwas sagt, dann ist das richtig. Also er glaubt an diese sozusagen positiv gesetzten Regeln, auf das Gesellschaftskonstrukt einer Monarchie, dass eben von oben die Befehle nach unten durchsickern und dagegen sträubst du dich nicht. Wer das tut, ist prinzipiell und per se ein Revolutionär und gehört aus dem Verbund ausgeschlossen abgeschlachtet, ermordet. Und aus dieser Konstellation, aus diesem Dualismus der beiden Männer ergeben sich so viele höchst spannende Szenen, wirklich nächtliche Verfolgungsjagden. Ihr müsst euch das einfach wirklich wie eine Serie vorstellen, wie einen Film. Victor Hugo hat so eine bildreiche Sprache, dass man sich das plastisch vorstellen kann und dass das auch immer wieder höchst spannend ist. Zum Beispiel die in letzter Sekunde dann doch noch gereichte Rettung, mit der sich dann eine Gruppe von Männern entsprechend einkleiden kann, um etwas ganz Wichtiges zu tun. Oder der Marius lauscht der Familie Tinnardier, die wir dann in Frankreich, in Paris natürlich, auch wieder treffen. Marius lauscht an der Wand zur Wohnung der Tinnardiers und das ist wie bei Shakespeare eigentlich so eine Mauerschau, dass uns etwas mitgeteilt wird, was man sozusagen sieht, was ein Mensch, der sich eben nach oben richtet, dann außerhalb des Hauses oder der Burg sehen kann. Also es ist wirklich ein sehr opernhaftes schreiben, das ich mir gut vorstellen konnte und das natürlich immer wieder auch seine Ironie, seinen Witz, seine Spannung, seinen Thrill, seine psychologische Detailtiefe aus solchen wunderbaren Arrangements zieht. Und was ich kaum glauben konnte, aus einem Sarg heraus spricht jemand, denn Jean Valjean wird sich mal in Folge eines Coups, so kann man es nennen, eines wirklich intelligent geknüpften, letztlich nicht schlimmen, aber eines Überraschungscoups wird er sich nämlich in einen Sarg begeben, der wird zugenagelt, ich muss das Ganze jetzt nicht ausstaffieren, das müsst ihr selber lesen, tut das bitte und dann sind wir in diesem Sarg, wir sind in der Perspektive des Jean Valjean in einem Sarg und ich stelle mir dann vor, wie ein Leser 1862 dieses Buch nachts liest, in der Hand hält und plötzlich in einem Sarg ist. Kein Netflix hat, noch nie einen Fernseher gesehen hat, nichts Visuelles in der heutigen Form natürlich kennt und was für eine unfassbare imaginative Gruseligkeit ihn umfallen, anfallen muss, wenn er diese Szenen liest. Das muss atemberaubend gewesen sein. Oder ein Junge, der kleine Gavroche, wenn ich seinen Namen jetzt gerade nicht verwechsel, der am Ende dann singend und tanzend auf einem Schlachtfeld umher warten wird im Nebel, doch das ist eine opernhafte Szene, die mich magisch berührt hat. Wie es endet, findet es heraus. Gavroche ist übrigens der Sohn von Tenadier, also auch hier gibt es zahlreiche Verbindungen. Die Figuren sind schwarz-weiß, das könnte man einwerfen, man könnte sagen, naja gut, aber das ist doch nicht mehr modern, was will ich mit diesen Figuren anfangen, die Psychologie entspricht doch gar nicht den heutigen wissenschaftlichen Standards, schön blöd, wer das meint, die sind schwarz-weiß, das stimmt schon, bis auf ganz wenige Ausnahmen und Inspektor Javert ist wahrscheinlich die schillerndste Ausnahme wieder mit einer Tiefe gestaltet ist, die ich jetzt für 1862 für geradezu visionär und kaum möglich halte. Da vollzieht sich in Javert's Psyche in seinem Geist plötzlich eine Wandlung, weil er erkennt, wie er Jean Valjean behandelt und was das natürlich auch über seine eigene Obrigkeits Zugehörigkeit aussagt und was das dann über seine Existenzberechtigung aussagt und dann wird er etwas tun, was mich wirklich begeistert hat, weil es psychologisch so dicht ist. Aber diese Figuren mögen vielleicht schwarz-weiß sein. Es gibt gute Figuren und es gibt böse Figuren und das passt natürlich zu dieser sozialrevolutionären Idee, dass man die Gesellschaft hier grundlegend verändern will und dass man natürlich die Elenden, wie es ja im Titel heißt, befreien muss. Die armen Menschen, die Fantins dieser Erde, diese Cosettes, die ansonsten niemanden hätten und auch zahlreiche andere Figuren, wie auch den kleinen Gavroche zum Beispiel, denen unser Mitgefühl natürlich gilt. Aber die sind alle so reich ausgestattet, die erhalten eine so reiche Psyche. Da geht es um die Selbstverwirklichung, da geht es auch um starke Frauenfiguren, es geht um die Verfassung, um die Konstitutionen der Bürger, es geht um die Ablehnung der eigenen Vergangenheit oder der Familienvergangenheit, es geht auch um die Militante, um die die wirklich mit einem großen Mut durchgesetzte Ermächtigung der Bürger. All das sind einfach so viele Dinge, die da in die Figuren hineingetragen werden, dass man da überhaupt nicht von irgendwelchen Schwarz-Weiß-Zeichnungen reden kann oder von einfachen Figurenzeichnungen. Das ist, finde ich, höchst komplex und ich habe es sehr genossen. Bleiben wir übrigens kurz bei der Psychologie. Wie gesagt, 1862 wurde dieses Buch veröffentlicht. Wisst ihr, wann der erste psychologische Lehrstuhl, das erste psychologische Institut in Deutschland gegründet wurde? Wenn mich nicht alles täuscht, war das 1879. Ich habe es vorhin vor ein paar Stunden mal recherchiert. Hört mal, es geht hier um Marius, der seinen Vater jetzt sieht, seinen Vater, der im Sterben liegt oder der auch schon gestorben ist, den er aber nicht kennengelernt hat. Nun heißt es jetzt, er empfand fast keine Rührung und schämte sich, fast verlegen seiner Haltung. Er ließ seinen Hut zu Boden fallen, um vorzutäuschen, der Kummer lähme ihn, aber im nächsten Augenblick fühlte er Gewissensbisse und verachtete sich, weil er so gehandelt hatte. Was für ein interessanter Blick in die Psyche ist das, diese Selbsttäuschung, die Selbsttäuschung, die er dann aber selber erkennt und die er sofort wieder zurücknehmen muss, weil er eben keine, er will nicht mehr artifiziell handeln, er will keine, eigentlich keine theaterhaften Quasi-Formen, keine Scheinbarkeiten annehmen, sondern er möchte konkret sein, er möchte direkt sein, ehrlich, aufrichtig. Und auch das ist ein Detail, dieses Buch ist einfach so detailreich, man kann sich auf erzählerische Dinge konzentrieren und es einfach nur überwältigt und hier eben auch von der Psychologisierung. Das Ende wird dann die verschiedenen Protagonisten, die männlichen Protagonisten auf der Barrikade zusammenführen, da kommt es dann eben zu dieser Entscheidungsschlacht, man fragt sich, wird jetzt diese demokratische Idee der Bürger, die für eine bessere Gesellschaft einstehen wollen, erfolgreich sein, wird diese Gemeinschaft siegen? Das sind einige Dutzend Seiten von einer sehr hohen Intensität, von einer Spannung, von einer, wie gesagt, opernhaften Inszenierung. Die Sprache ist in allen Belangen großartig, es ist für mich eine ideale, eine kaum zu glaubende Verbindung aus, ja, gesellschaftsrelevanter, sozialrevolutionärer, philosophisch-ethischer Lektüre, die immer wieder aber ganz konkret behandelt wird, in Form von Figuren, wie ich sie prägnanter kaum erlebt habe. Deswegen ist das natürlich ein 10 von 10 Punkte Buch, ein Roman für die Ewigkeit, ein Genuss, ein Geschenk für euch, falls ihr es nicht gelesen habt, ich beneide euch. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre, ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, bis bald, tschüss.